Willi ist krank. Das heißt, ich sage zu meiner Nachbarin zur Rechten, Willi ist krank. Sie fragen, was hat er denn? Boah, ha, 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 ha. Dann muss ich jetzt meinen Zahnarzt konsultieren. Das geht. Was hat er denn? Dann sage ich, eine möglichst komplizierte Krankheit. Eine möglichst komplizierte Krankheit. Und dann würden Sie zu Frau Süßmuth sagen, Willi ist krank. Frau Süßmuth sagen, was hat er denn? Sie nennen beide Krankheiten. Also meine und ihre neue. Und so geht das weiter. Also wir fangen mal an. Ich bin entschuldig. Willi ist krank. Boah, ha, ha, ha. Herr Franziskus, Willi. Herr Franziskus, Willi. Sie haben so ein schönes Werkchen auch. Willi ist krank. Boah, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Herr Franziskus, Willi und Flitterentzündung. Was? Flitterentzündung. Oh, ne. Herr Franziskus, Willi ist krank. Ja, ja. Ich bin ein bisschen klingeln. Ja, ja. Und weh. Und wirken da. Und wirken da. Und wirken da. Und wirken da. Hallo. Das ist ein bisschen schwieriger, das Google. Jetzt erst der erste, ne? Er kann reisen. Ja. Nein. Ein Augenblick. Ja. Weh. Ich denke gerade, das hätte sie bei einer Fraktionssitze mit Helmut Kohl Und ein drittes, eine dritte Krankheit, müssen sie sich aussuchen Nicht vorsagen Oh 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 Was Muskelentzündung 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 Man kann, wenn man das beenden will, sagt man einfach, Willi ist tot Muskelentzündung Muskelentzündung Muskelentzündung